Werden Sie konkret oder ziehen Sie Leine? Karonski hyperventilierte auf einmal und Schweiß brach ihm auf der Stirn aus. Er zog ein Stofftaschentuch aus seinem Trenchcoat und wischte die Nässe ab. Die haben Ihnen einen Sensor implantiert, plüsterte er. Sie kontrollieren Ihren Körper Tag und Nacht. Vitalfunktion, Blutfluss, Hormonwerte, Mikrobiom, Entgiftungsphasen 1 und 2, Nervenleitgeschwindigkeit und so weiter. Dendriten, Neuriten, Sie verstehen. Sie wissen alles, dringen in jede Zelle Ihres Körpers ein. Der Architekt verstand überhaupt nichts und kam sich vor wie in einer Fernsehsendung, in der man Leute veräppelt und sie heimlich dabei filmt. Sie werden es sehen, Herr Brennecke. Die Überwachung hat längst begonnen. Wenn der Sensor... Er hielt inne, als zwei Pubertierende den Gehsteig in sieben Meter Entfernung passen.